Hallo, mein Name ist Peer. Erleben Sie auch, dass Sie manchmal viele Neukunden haben und manchmal fast keine? Warum ist das so? Ganz einfach. Sie investieren Zeit, um Neukunden zu akquirieren. Dann haben Sie Aufträge und sind erfüllt, haben aber keine Zeit für die Neukundenakquisition. Dann geht die Auftragslage wieder zurück und Sie stehen wieder vor der Herausforderung, Neukunden zu gewinnen. Das nenne ich Berg- und Talmarketing. So wird es immer schwieriger, wettbewerbsfähig zu bleiben. Diese Problematik kennen fast alle Unternehmer und Selbstständigen. Doch hierfür gibt es eine einfache und moderne Lösung. Klicken Sie und holen Sie sich den kostenlosen Report für Unternehmer. bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020